Lehre, Matura oder Studium? Viele junge Menschen stehen heute unter Druck, aus einer Vielzahl von möglichen Entscheidungen für sich die richtige zu treffen. Der Arbeitsmarkt in Europa hat sich vor allem für uns Junge stark geändert. Oft müssen wir uns mit schlecht bezahlten Praktika herumschlagen, bevor wir Anerkennung für unsere Arbeit finden. Doch wollen wir gemeinsam ein faires Europa schaffen, kommen wir um die richtige Ausstattung nicht herum. Förderprogramme schlagen zwar in die richtige Kerbe, müssen aber massiv ausgebaut werden. So sind rund 8000 Studierende aus Österreich im Vorjahr mit Erasmus ins Ausland gegangen, aber nur 600 Lehrlinge. Um Chancengleichheit in einem Europa der Zukunft zu garantieren, fordern wir ausreichend finanzielle Mittel für Jugendförderprogramme. Werde jetzt Teil unserer Initiative und unterstütze uns dabei, unsere Forderung voranzutreiben. Mach mit unter www.bjvp.de.